Und damit Willkommen zu einer weiteren Folge Spilltun 2. Jetzt bin ich motiviert. Bist du zufrieden? Wieso bin ich immer alleine wegen euch? Das freut dich natürlich. Oh wir haben einen Afghaler der sich nicht bewegt. Rate mal wer? Marci. Marci. Ah jetzt bewegt er sich. Aber der hat echt 100 Jahre gebraucht bis er sich mal bewegt. Der sei froh dass ich brauche keine Tinte mehr. Das ist doof. Ich wusste nicht dass er mir eine Tinte ausgehen kann. Was? Was? Mit Spielen tun natürlich wieder Schwer und Schwer Marci. Schwer Marci? Was hast du gegen Schwer Marci? Nichts? Ich finde das ist gut. Hm. Ist der denkt? Der denkt? Marci? Geht kein Scheiß. Ah ich hasse Sniper Huren. Ihr habt ne Sniper Hure. Habt ihr? Oh. Ja aber der kann doch nix. Ja einfärben kann der nix. Aber stinken kann der. Hier ist gar nichts eingefärbt. Wo sind die Leute? Ich hab gesagt einfärben kann der nichts. Und ihr halt auch nicht. Ja nicht nur der. Ja sag ich ja und ihr halt auch nicht. Darum ging es gerade. Wow ich hab dich grad fertig gemacht. Dein komisches Ich. Oh. Der zählt nicht. Der ist schlecht. Der weiß nicht mal wie man sich bewegt. Der weiß nicht mal wie man sich bewegt. Oh. Oh. Ich geh zurück. Easy. Oh fuck ey die zähne mir. Passt du das? Keine brauche so passiert. Schade. Nein! Du bist ganz schön schlecht. Der hatte schon wieder seine Ulti an. Woher weiß ich das den sofort aufhört damit. Ah, die Fresse, Hure. Wieso stammst du von hässlichen Affen ab? Wieso nicht von schön? Das ist immer aggressiv. Nein, das ist doch behindert. Ah, was für ein... BEHINDERT MANN CHRIST! AHHHHH! So sieht's aus. Die haben mich gerade rausgeschmissen wieder. Ah, das ist unfair. Nein, das ist voll fair. Die haben mich, während ich gerade die 500 Punkte da hatte oben, haben die mich rausgeschmissen. Hm. Das ist allgemein ein bisschen scheiß, dass du dich überhaupt rausschmeißen. Ja, meine ich. Zu viel. Was du zu geben hab hier? Jaaaaah! Ah, Termin, hast du nicht. Doch, ich schieße! Ich bin beschäftigt! WUHUHU! Ach, scheiß drauf. Ja, wir haben eh schon verloren, weil wir mal wieder einen Wege haben. Ja, da können die nichts hinzuhalten. Nein, Robert! Da war er auch schon wieder. Ja, schon wer. Wo? Juliane! Weiß es nicht so? Nein. Oh, ich wollte noch so'n Dingsi werfen, aber da wär stand nicht blöd. Na ja. I-si! Ich will jetzt auch mal mit euch im Team sein, am besten mit dir schon, wenn du fliegst weniger raus. Was? Ja, was kann ich dafür? Weiß ich nicht. Ja, mein ich ja. I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Ich weiß nicht, wie Loki geht oben lang. Damit mein ich dich schon. Jetzt haben wir den Sniper. Oh, der Sniper stinkt. Wobei, der färbt schon die Mitte ein. Der ist voll schimmlig. Ja, Sniper sind schimmlig. Weil er ein Sniper ist, genau. Die haben auch einen Sniper. Oh, hoppla. Iiiih, alle Klöten. Snipe den anderen Sniper mal weg. Marci! Wie geht's dir? Der Typ reißt still. Ich hab noch einen erwischt! Ich bin der beste. Drrrr! 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 Wo war der Sniper jetzt? Puh! da hat es hat verstehe ich nicht ich hab grad irgendwie nicht so mit zielen das gut ich ich komm gleich wieder bei mir ist die verbindung scheiße warte das ist gut mach weiter gestern war bei mir so mir gehts gut mir gehts gut mir auch ich warte hier einfach ich stehe hier oben und der kinder cool ist oh shit ist es ist es gut ist es ist es gehe mal zu denen rüber das erwarten ich habe die starke von dir getötet der hat es eigentlich auch verdient ich spiele schon sniper ich habe dich gerettet weil du bist ich bin in der mitte ich kann leider nicht allzu perfekt hin muss ich gestehen ich könnte zurückspringen aber das wäre für schlaue leute wenn ich schlau also wirklich nicht so müsste müsste uns auch sein easy marcia hat mir wieder nicht mitgeholfen war trotzdem knapp also für ein 3 gegen 4 war das schon knapp weißt du wenn ich nicht leiden kann moment diesen liam der hat eine voll du meinst weil der hatte der 1600 punkte glaube ja what the fuck richtig so nächste runde und schon wieder die buckewahlpiste leider keine morentürme zurzeit ich habe lieber morentürme als die scheiße ganz ehrlich ja immer ja fuck you ich komme nicht wohl ist doch egal dafür fliegt marcia wahrscheinlich wieder raus er redet ja nicht also ich weiß nicht ja dann will ich doch wenigstens mit dir entgegen die spielen und zusammen spaß haben weil ich finde das einfach nervig dass ich so ziemlich immer der alleinige bin danach kommt marcia und du hast eigentlich immer einen von uns im team gefühlt ganz am Anfang war es nicht so ja aber jetzt ist nicht mehr ganz am Anfang marcia der hat grad richtig schlecht gespielt das schlimme ist ich hab noch schlechter gespielt nice marcia warum mutest du dich ist das absicht oder machst du einfach den show mit deinem mikrofon ja alles nein ihr habt einen mit einem eLiter gottverdammt die waffe gibt es immer noch ich hab dich toll getötet in ungefähr zwei wochen wenn jeder den eLiter hat können ich das spiel aber nicht mehr spielen was ist der eLiter ja es ist die nervigste snipe am spiel die mega range snipe marcia lass das marcia lass mich von mir egal ich hab marcia noch getötet marcia hat mich gekillt ja du nicht was hast du grad für die waffe den enzep du spielst immer noch den enzep mhm ich hab aber keine andere waffe das ist korrekt warte war da noch einer wo alle was da gerade passiert ich hab meine kanotte als schild benutzt da war gar nicht so blöd das wusste ich gar nicht dass das geht also bist blöd lass dir da nix einreden aber da weiß ich nicht dass das geht brrrr oh oh sattel da bin ich ich treff nicht ich auch nicht ich hatte grad keine tinte mehr ich hab über die drüben boah alter ja profimäßig von uns beiden na wer mehr gibts wenn man terminast nicht töten hallo oh ne das mach mal ganz schön schwer weißt du ich muss mir die bewegungssteuerung irgendwie angewöhnen ja die bewegungssteuerung ist halt unglaublich praktisch in dem sinne dass man dann recht gut was kann also ich hasse dich doch schon wieder getötet mit deinem scheiß klecks doppler achso wieso ist ja alle gleich heißt ihr habt komplett den gleichen namen einfach weiß nicht ne mein freund doch mein freund das war glück hast du glück gehabt dass ich mich töte weil ich doof bin und nicht treffen kann ja hatte ich richtig glück ja das wäre schande gewesen du bist schon ich bin der mega schande mensch aber dafür habe ich das gut drauf so ich werde ich glaube ich brauche mir was mit richtigen kann warten wir haben verloren ne easy easy sag ich doch glaubst du machst du mir raus geflogen maß wie geht es dir eigentlich muss ich dich verlinken weil du nicht dabei bist oder wie ist das ne ist eigentlich noch da ne so rum geht ich hab auch essen im mund richtig lecker mit kirche mit den schmecker ich hab kein von euch im team ah ok ich hab schon mehr im team aber das ist in juli schon wer sein Julian Lille schon wer ne 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 wir haben den elite im team also habt ihr es schon verloren ich glaub der ist scheiße aber du hast auf jeden fall viel mehr spiel als gespielt als ich hey marci lass uns beste freunde sein ok lass uns beste baumenschen sein um die welt zu essen Leute kannst das auch ja natürlich kann ich das aber ich kann das besser das kann doch jeder also Kamehameha hm hm ha 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 D부LKILL die vielleicht mal eine neue mütze holen die du auch mal sind ja eine mit drei slots braucht man doch nicht so lange sie nicht alles los haben also egal also halt vier slots aber du weißt was meine von die slot bei martian eine zwei slot mütze die er nicht voller wir haben den gender verwirrt mit team ja ich weiß auch nicht der ist ein verwirrt aber so richtig genial von mir da habe ich einmal das gesicht gechisst und was ich gemacht ich würde sagen aber bei mir kann man das nicht so einfach machen ich glaube marcy findet es mittlerweile auch nicht mehr so toll jetzt wo er mit 20 jetzt habe ich gesehen was das scheiß curling teile was soll die denn weiß ich nicht und dass da habe ich meine alles rollen die ja liegt unterkommt gegen marcy habe ich jetzt nur scheiße die curling teile die fliegen hier raus gut geworfen ja habe ich auch gerade gesehen marcy kommt besser nicht zu uns gottverdammt ich gehe mal anders ihr könnt mich alle machen marcy oh nein, er sieht mich ich weiß wo die curlinglinge herkommen klar! iteit Carl flink affect mein freund ich war der beschissenste und trotzdem besser als die helft des teams ich würde sagen falls euch diese folge gefallen hat dann noch mit dem positiven kommentare abonnieren schaut bei den anderen mongos rein außer beim maus die wenn der nicht aufgenommen haben wir uns noch nicht sicher bis zum nächsten mal damit raus und tschüss